Hallo und willkommen zurück zu unserem ER-Morakel 2016, diesmal mit Deutschland gegen Polen. Und mal gucken, Deutschland hat ja schon drei Punkte. Ja, die Polen haben nur einen. Mal gucken, ob es jetzt den Einzug ins 8. Finale ist es doch, oder? Ob sie die nächste Runde schaffen. Du könntest ja jetzt den Sack zumachen. Ja, aber ich glaube, da hat Lewandowski was verliegt. Da gibt es erstmal einen Wurf immer. Warum auch immer. Ja, ich dachte, ich frage das nicht. Der Schienzlieder macht das schon wichtig. Vor allem, wenn es für mich ist. Ja. Oh, ich wollte die doch zu Lewandowski flanken. So lässt du mich denn sowas nicht machen? Ist das schön eingewechselt? Ja, das schnell. Ja, aber der kann nichts. Da wird es genauso laufen wie mit den Ukrainern beim letzten Mal. In Nordirland. Ganz einfach, 70 war aufs Tor schießen. Der geht aber nicht rein. Bestimmt, da fahre ich auch Mütter noch drin. Ja. Ja, Jo, 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 Jo. Ja. Kannst du auch haben. Ich habe Lewandowski. Ich habe neuer. Wo ist dein neuer jetzt? Was macht das für ein Scheiß Pass? Was macht das für ein Scheiß Pass? Ist ein Scheiß Schuss? Schau das mal mehr. Gut. Nichts zu halten. Die Deutschen. nicht wechseln, ja, brauche was. Wer wird denn jetzt ausgewechselt? Gar nicht ausgewechselt. Ja, ich habe woanders hingestellt. Alter! Das ist aber auch so heftig eigentlich, was denn der macht. Heftigen... Hart an der Grenze sind Zweikante. Ja. Aber sehr hart an der Grenze. Jo, ich bin direkt zurück, Hummels. Kann man nur zu Bayern gehen, willst du? Ja, er geht ja zu Bayern. Da war noch ein Fuss dazwischen. War aber auch nötig. Okay, die Deutschen, die werden hier irgendwie... Ziemlich rasiert. Kommt noch nicht so richtig ins Spiel. Ja, die haben halt den Auftakt gehabt, denn dann ist Gründen grad raus. Gut, da ist nicht so ein Fuss. Ja, das ist kein Scheiß. Du, da schießt dich. Ja, das ist einfach... Hat sich die Ball auf dem Fuß vorgelegt und dann... Ne, Götze. das war auch eine halbe Füße aus das große Bruder Schweinsteiger hier sollte man draußen das ist ein Buch Jo verstehe ich warum ich die in Jakob Blaschikowsky nicht habe jetzt ist das der Nationalmannschaft spielen das weiß ich glaube es ist auch nicht mehr dabei also auch nicht hier mal dabei in dem Sieghaus ausgestattet wenn man mal irgendwie zu Leandowski macht es da hat sich ja bei deiner noch mit einem Sade dazwischen geworfen Grunde Wann das für ein Pass? der war genau so scheiß Konzentration hier oh ich dachte der war drin ich auch ich hab es auch gehofft ehrlich gesagt ich hab sie schon feiern hören oh was war denn das für ein Einsatz Pisscheck ist schnell genug hier ist keiner ey das ist von der Ecke nee der hat er davor noch gerettet Scheiß hat er gerettet ey der schießt sich das halt nix Boah Junge bitte es war ja easy ausspielen die 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 das geht ja wohl die Polen das ist nicht mehr Polen offenheit die deutschen die machen nichts zu uns waren die die denn die zu locker ran an dieser habe ich das Gefühl aufstellung ändern noch gucken ob es so klappt denn bis jetzt zufrieden mit meinen leuten uns es ist eine schöne Sache irgendwie fädler merken und Toni Kroos hat man noch nicht viel gesehen bei dir so gut drin es ist einig verletzt langsam kann aber gut die Bälle weiter jetzt aber rund wie wird es keinem nehmen das muss eine gelbe sein so ich hätte aber gerne dass jemand anders ist jetzt rein Neuer ist ab den Brot zu nehmen können ja er hatte kein Bock wo merkt man also kann man was zu machen hier das Mann es ist eine Zeitung holen und ins Polen aufmeld 60 Prozent bei uns und eindeutig besser drauf für die mir wenigstens in diesem Pausenbildschirm noch mal die besten Szenen aus der Halbzeitzeit wenn der andere noch was ja welcher dafür aber wie sieht man jetzt nur Pause bitte warten warten auf den Gegner mein Gegner lässt sich Zeit macht jetzt der Jogi gerade die Ansage der Jogi sagt jetzt ihre Ausbildung wechselt wir haben Pyrotechnik machen wir sind wo es für die ein die Euro dabei ist bei den Astur auf und das ist wieder durch Wenn es Lewandowski gewesen wäre, hätte er den Ball reingemacht. Der Wende war ja auch nicht geschwommen. Ich hab zu früh gedrückt, ey. Ah, was machen die denn hier? Da hab ich nicht aufgepasst. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Das ist bitte, Walter so göttlich einfach vor die Nase legst. Müller, lauf! Müller! Müller! Ja, ist mal hinten rum. Müller hat gar keinen Ausdauer mehr. Boah! Pasti immer mal wieder nett zu mir rüber, ey. Jo! Der schafft natürlich den scheiß Fuß dazwischen zu halten, ne? Ja, natürlich. Das ist ja auch einer von den guten. Levi! Boah! Boah! Da fängt der Neuer. Boah! Leverdowski, fünf Schüsse aufs Tor. Thomas Müller. Wohl! Ja, Öl. Ja, hat direkt zwei Körbüren verloren. Hat schon gar Bock mehr. Was schon raus, ich habe. Das ist schon wieder abgemeldet. Boah! Das war jetzt. Boah! Boah! Müller hat auch schon Geld. So trotzdem bald. Äh schon, aber... Hup! Kommt da? Das ist gut. Das... Das ist schnell. Du der ist durch! Der ist durch! Nee! Willst du mich verarschen? Hahahaha! Übel des! Was macht denn dein Rechtsverteidiger da vorne ey? Jetzt geht's in die andere Richtung. Scheißegal, ob er Verteidiger ist oder nicht. Den hätte er machen müssen! Das Tor war leer! Der hat es zerfetzt. Den hat es direkt zerfetzt. Ja... Nee! Das Tor war sicher! Der letzte mir hier den... Habe ich hier noch Rücken, wenn ich den reinholen kann hier? Der letzte nächste Zeit ist. Jetzt kommt die Heimbarkeit. Raus, Reus! Ja, sieh da, aber Lukas! Ach, schönes Ding! Oho, muss das nämlich haben! Dass das wenn man einen Eindruck spielt! Das Dorf. Ja, sei da! Ah, Lukas! 20 Minuten für zwei Tore die Deutschen könnten es durchaus machen aber Lukas ins Lukas das Pille weg oder Lukas Tor ist oder der Joker er ist einfach da ich bin's, euer Lukas zwar nix im Kopf aber was in den Füßen ja in die Beine der macht er sich alle nass dann muss ich direkt dann muss er kontern so Lukas ja die sind noch nicht die sind noch frisch ist so mein Lewandowski umgetreten dadurch ist er jetzt nicht hier vorne muss leider der Ball muss leider zur anderen Richtung muss er einschießen meins der ja naja jetzt Boateng hier im Angriff meine wieso haben meine denn die Abwehr aufgelöst wo der hingeflogen ist was jetzt gibt mir den wo du hinkommst also nehme doch lieber an ist schon müde und das Duell mit dem Schweinsteiger nicht oh hey der ist auch schon müde der ist frisch der nicht äh alter x ist hier Rudi du bist zu langsam see you nein wie kann man denn den nicht machen das war's jetzt außer ich krieg ihn schnell nein das war's das hat dort schon verloren was wo spielt denn der den hin Flanke damit führt Polen am Ende hat Deutschland nochmal angezogen aber das war leider zu spät es war leider zu spät das war wirklich leider zu spät naja ok die Leute dann den Sack zumachen können aber nein die haben's versaut sie haben's versaut damit sind sie die ersten mit drei mit vier Punkten ja und dann mit Platz 1 und Deutschland hat nur einen Punkt das Tabellenletzter auf Deutschland nicht drei Deutschland hat auch 3-0 gewonnen achja stimmt die haben 3-0 gewonnen ne 3-1 glaub ich stimmt ich äh entschuldige mich ein Fehler das ist doch schon das Zweiter Zweiter hinter Polen beste Chancen immer noch weiter zu kommen man wird sehen bis dahin haut rein Leute bis zum nächsten Mal tschüss tschüss